Wir sind doch alle Idealisten, irgendwie. Tja, klar. Also ich strebe zum Beispiel nach der idealen Work-Life-Balance. Und ich suche eine ideale Geldanlage. In der Schweiz natürlich. Steuerfrei. Puh, so hat jeder seine Ideale. Wir Deutschen auch. Echt wahr? Ja, und weit über 100 Jahre haben wir darüber gestritten. Ein ganzes langes Jahrhundert lang. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und die Ideale? Die gingen flöten. Na, hoffentlich nicht alle. Das hoffen alle.